Okay, hier nicht Mal ein bisschen schneller laufen Okay, sorry Leute, ich komm da nicht hin Na dann Oh, ich hab sowieso 100 Ich glaub, mehr kann ich eh nicht Wir haben 101 Jetzt kommen alle hier Eine Richtung Da war's Weg Nein, noch mehr Schwerter Coole Sache Na kommt Nein, nein, verdammt Ich dachte, ich hätte rechtzeitig gedrückt Leute Oh, jetzt hab ich mich auf den rechten konzentriert Äh, okay, dann komm halt nicht so weit Ha Das ist mal Nein Das ist einfach zu viel auf einmal Boah, scheiß Gott Boah, scheiß Gott Oh, ich hätte zu früh losgelassen Oh, ich hätte zu früh losgelassen Das ist mal nicht So Hier, komm mal mit Ja, äh Es passiert alles so viel auf einmal Und vor allen Dingen sieht man hier gar nicht alle Okay, wie mache ich den? Kamerasteuerung Ah, hier wird's auch geträt Oh ne Okay, das war was anderes dann So, ähm Stimmt mit einem So Na, komm mal alle drunter Achso, man kann auch ein bisschen schneller hier durchlaufen Okay Hallo, hier geht die Welt unter Und die Hängen da einfach War ja klar Dass irgendwann So was kommen musste Weltraummonster Okay, dann komm Nein, 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 nein So nicht Da muss das große Schwert her Bam 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 Was? Verdammt Okay, das konnte ich anscheinend nicht abwehren Oh, der ging ja ganz gut Boah, Silber Okay, ging doch nicht so gut Kommt da ein Supermarkt aus der Straße Oh, immerhin Silber Schaden minus 5602, okay Rekrutierte Gegner Okay Kann man etwa Gegner auch so einkreisen Interessant So, erstmal wieder in den Markt Fähigkeiten Wie viel habe ich? 109.000 Und das kostet 15.000, wenn ich richtig sehe Ja Das ist ein Transpiner Achso, wenn ich das mache Mache ich denen auch gleichzeitig schaden Was ist das hier? Oh, erhöht die Geschwindigkeit Das will ich unbedingt haben irgendwann Wie kostet das? 300.000, scheiße Informationsangriff Besonders starker Teamangriff Hm Nein Ja, die kosten alle so viel 500.000 So, wacht der Marsch mal Unite Ball Für 100.000 Oder Ist die Unite Rakete Cool Aber kostet 150.000 Das habe ich alles nicht Ja, dann mach ich mal den Ball Dann sind das eigentlich alle Nur Sonst noch was? Nein Okay, das ist ja alles andere So, jetzt kann ich das aber machen Spiel speichern den Tisch So Genau Hui Du, 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 du Hey Hoppala Da habe ich was komisches gezeichnet Nein, ich wollte nur was ausprobieren Wuuu 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 Bäm 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 Ich finde das Schade immer noch am Kutzen Das Schade ist echt immer noch am Kutzen Das hätte ich jetzt nicht gedacht Oh, es geht direkt weiter Okay Wobei, ich mich wundere, warum ich jetzt alle Ach, gut, klar Das waren nur Zivilisten Okay, verstehe So, diesmal rauszuhnen Ja, ich weiß aber nicht wie Ich kann vor allen Dingen keinen Morph machen Das ist natürlich doch Nein Oh, man sieht nix Das ist so schlimm Äh, geil Ich konnte nur nicht mal irgendwas machen Komm, komm, komm Willst du angreifen? Ja, das wollte ich Nein Ich seh den Gegnern Zu spät Und dann kann ich Den Angriff nicht mehr blocken Abgesehen davon, dass meine Leute Jetzt hier rumhängen Oh, natürlich Das war jetzt zu früh Klar, das kommt auch noch Leute Hallo Wollt ihr mal ein bisschen kommen? Danke Der kommt der nächste Äh Leute Das gibt's echt nicht Die hätten ein bisschen Die Felder kleiner machen können Oder So, dass man ein bisschen mehr sieht Das gibt's einfach nicht Boah Ist das heftig Das ist einfach alles viel zu schnell Boah Diesmal konnte ich wenigstens auch So Diesmal konnte ich den auch Da Zum Beispiel das Warum Sehe ich den dahinter nicht? Okay Die Kameraführung ist Grauenhaft Kommt hier wieder einer? Äh Cool Das wollte ich eigentlich gar nicht Aber Naja Oh Okay Ich hab keine Energie mehr Aha Dafür ist sie also da Komm So Nicht Freisch Ah Natürlich Er hat mich getroffen Hm Jetzt kannst du aber Jemand anderen weiß machen Oh Oh ja Ich seh schon Ich werd an irgendeiner Stelle Bestimmt die Schwierigkeitsgrad Runterschlemmen Wie bei Ballonet So Jetzt rauszoomen Genau Ich weiß nämlich auch nicht Warum du auf einmal reingezoomt hast Achso Okay So kann ich auch die Sachen einsammeln Das ist natürlich cool So Genau Kommen alle her Achso Da ist immer noch einer Äh Den hatten wir doch schon mal Hä Ist jetzt anders? Achso Der Hinweis kommt Während der Angriff kommt Äh Kamera Schön Ich kann mit der Kamera Nix sehen Einfach Ich kann die nicht drehen Miss Aha Rang A plus Was auch immer Das bringt Ah Jetzt seh ich es auch Aber ich wollt grad sagen Kommen alle her Achso Okay Lau Ich weiß vielleicht nicht wohin Aber lauf einfach mal Puh Ja Die anderen kommen einfach hingeflogen Ja Weltraum Irgendwas Dinger König Oh Wow Was Oh Achso, schön, dass das auch nicht erklärt wird, was der meint.